Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossen und Genössinnen, ich bin sehr zufrieden, als Französin, als französischer Sozialist, bei euch heute zu sein. Ich will französisch sprechen. In vielen Ländern Europas erheben sich die Völker, die Zivilbevölkerung, die Gewerkschaftswelten und die Bürgerbewegungen, um sich den schlimmen Schlägen, die mit der Verbreitung von Freihandelsankommen wie dem TTIP und dem CETA, in den Weg zu stellen. Diese Abkommen stellen eine neue Etappe der Verletzung der Demokratie, des Sozial-, Steuer- und Umweltdumpings dar, die unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen und unsere Fähigkeit über unser eigenes Schicksal zu entscheiden, infrage stellen. Dieses System hat sich als gefährlich erwiesen, indem es die Schwächsten noch ärmer macht, und auch die Mittelklassen, indem es die Ungleichheiten vergrößert, und das alles zugunsten der multinationalen Konzerne, der Finanzwelt und der Allerreichsten. Die Lügengeschichten über die Vorteile einer glücklichen Globalisierung dank des Freihandels, des allgemeinen Wettbewerbs, ohne Schutzbestimmungen, ohne Regulierung, überzeugen niemanden mehr. Auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Hier in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo immer mehr Stimmen Stopp rufen. Ich bin heute hierher gekommen, um euch mitzuteilen, dass die französische Linke nun vollkommen überzeugt ist, dass die Verhandlungen über das TTIP beendet werden müssen. Einige von uns hatten das von Anfang an verlangt, denn wir waren überzeugt, dass die Logik, die diesen Abkommen zugrunde liegt, den Interessen der Europäern, dem Arbeitsmarkt, korrekt bezahlte Arbeit, und unserem Streben nach einer neuen Art des ökologischen und sozialen Entwicklungen zuwiderläuft. Von Anfang an war für uns inakzeptabel, dass Staaten und Parlamenten die Macht weggenommen werden könnte, neue Gesetze, neue Normen zu erlassen, zugunsten des kollektiven Fortschritts, mit der Begründung, dass sie die Investitionen von ausländischen Firmen entgegenwirken. Genauso inakzeptabel war für uns, dass eine Expertenkommission Staaten oder andere Gemeinwesen und Kommunen verurteilen könnte, Strafen oder Entschädigungen zu bezahlen und so die Rolle der Justiz übernehmen könnte. Wir müssen von unseren Regierungen verlangen, dass sie der Europäischen Kommission aufzwingen, die TTIP-Verhandlungsrouten sofort zu beenden. Und wir müssen von unseren Parlamenten verlangen, dass sie CETA nicht ratifizieren. Denn dieses entstammt der gleichen Logik. Die Geheimhaltung über den Inhalt dieser Verhandlungen hat einen offensichtlichen Grund. Es geht darum, die Bedrohungen, die dieses Abkommen für unsere Industrie, unsere Landwirtschaft, für die Qualität unserer Produkte, sowohl in sanitärer als auch in ökologischer Hinsicht bedeuten kann, zu verschweigen. Wir lehnen diese Abkommen als Arbeiter, als Konsumenten und als europäische Bürger ab. In meinem Land, in Frankreich, scheint dem TTIP der Todesschuss versetzt worden zu sein. Aber einige wollen uns vormachen, dass das CETA anders ist und Chancen bietet. Dem ist nicht so. Dieses Abkommen ist genauso liberal und zerstörerisch. Wir sind nicht isoliert. Wir sind zahlreich in ganz Europa. Lasst uns uns Gehör verschaffen von den Regierenden und von der Europäischen Kommission. Gestern noch hat der französische Präsident und die Regierung und andere führende Politiker der Rechten haben dieses Abkommen gerühmt, obwohl im Lande viele Franzosen diesem Abkommen feindlich gesinnt waren. Sie mussten anerkennen, zumindest der Präsident und die Regierung, dass diese Befürchtungen der Bevölkerung die Kritik der Gewerkschaften, der NGOs, der linken Bewegungen begründet waren und es rechtfertigten, dass die Verhandlungen beendet werden. Für das CETA gibt es noch Zögerungen. Aber ich versichere euch, das französische Parlament wird auch zur Vernunft kommen, so groß erscheinen heute die schlimmen Auswirkungen dieses Projekts. Auf jeden Fall ist die Linke der sozialistischen Partei, die Kommunisten, die Grünen sind alle mobilisiert und auch darüber hinaus verbreitet sich die Ablehnung, im ganzen Land. In Deutschland wird euch gesagt, wir müssen dieses Abkommen ablehnen, denn wir können dieses Abkommen nicht ablehnen, denn die Franzosen akzeptieren es. Und in Frankreich wird uns das gleich gesagt, wir können es nicht ablehnen, die Deutschen wollen es nicht. Aber heute sind wir zusammen und fordern mit einer Stimme Stopp TTIP, Stopp CETA, wir brauchen ein anderes Europa. Die Stimme Stopp TTIP, Stopp TTIP! Die Stimme Stopp TTIP. Die Stimme Stopp TTIP wird uns nicht mehr wiederholen, sondern sich mit einer Stimme Stopp TTIP. Untertitelung des ZDF, 2020